Weiter geht's mit The Legend of Zelda Link to the Past, das ist jetzt voraussichtlich der letzte Part, wobei ich aber wahrscheinlich noch mehrere Parts daraus schneiden werde, weil der letzte Part zu uns bestimmt eine Stunde gehen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass es so in diesem zeitlichen Ausmaß ungefähr liegt. Und hier ist der finale Dungeon, Link, wir werden den Reger an Gunnens Turm mit Feindkräften aufbrechen. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, dass es draußen im Real Life donnern würde, aber das war ein Spiel. Krasses Sound-Effekt, das muss ich zugeben. Ich geh jetzt mal rein aus Gefühl her, hier runter. Alte Rätsel wieder aufgegriffen, ist auch interessant. Bam. Oh shit. Verlockend, wie es ist, würde ich jetzt natürlich da drüben rein gehen, aber zu schlecht. Mhm. Noch ein Schlüssel? Ah. Cool. Ich sag mal, interhaken. Ah, gute Frage. Gehe ich zuerst hoch oder gehe ich zuerst runter? Ach, ich hasse es, dass ich mich immer so umentscheide. Ah fuck, ich bin so dämlich. Hätte ich auch gleich runter springen können. Okay. Also da oben bin ich sicher, das ist... Ach nee, da oben ist auch noch eins. Ah. Zehn Pfeile. Ein paar Rubiner. Noch mehr Rubiner. Und Bomben. Gut, das war jetzt eher sinnlos. Aber damit kann ich leben. So, diesmal klappt's hoffentlich. Das sieht jetzt voll so aus, aber du möchtest das aufwischen, aber tut es nicht. Ich geh mal zuerst hier runter. Mhm. 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 Das ist interessant. Ich könnte es mit Bombe, per Bombe machen, aber... Dann lass es lieber erst mal. Karte. Nice. Das hab ich. Wie komm ich jetzt hier raus, ohne zu sterben? Ach, fuck. Okay. Ähm. Mhm. Mhm. Da geh ich jetzt erst mal runter. Werde ich wohl doch die Bomben-Taktik anwenden. Das ist vielleicht auch so gut dort. What? Ähm. 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 He. Mal schauen, wo mich das hinführt. Ach, mach ich das. So ne Scheiße. Wie komm ich denn jetzt hier weg? Ich komm hier gar nicht mehr raus. Gut. Probiere ich mal den anderen Weg, der verschlüsselt war. Oder ist. Ja, ich komm hier raus. Ja, Herzen sind immer gut. Wie siehts eigentlich mit meinen Fäden aus? Wie viele habe ich denn da? Achso, ich hab... ...neue Lexier. Ein bisschen was davon, ein bisschen was davon. Und ein Knopf. Okay, da muss aber irgendwas drauf bleiben. Achso, das war so ein Witz. Äh, wo ist da mein Stab? Achso, Mari-Stab. Zack. Nein. Da geh ich lieber hier drüben hoch. Ah. Soll ich vielleicht mal hier in der Mitte hoch? Achso, hier. Ja, ich hatte vorhin schon mal einen Aufnahmeversuch. Habe ich aber deswegen hier abgebrochen. Ne, hier geht's nicht lang. Hä, was muss ich denn machen? Okay, ich bin jetzt dort. Achso, achso, das ist wie kombiniert. Aha. Aha. Ach. Ach. Die müssen sich die ganzen Türen doch öffnen lassen. War die Tür hier nicht vorhin offen? Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Doch. Doch, die war vorhin offen. Doch, die war vorhin offen. Die war vorhin offen, die Tür. Achso, weil ich da diesen Knopf gedrückt hatte. Ne, das wird nix. Ich laufe außen rum. Dann probieren wir es nochmal da mit. Äh, genau. Oh man. Ja, so ist ich da verricht. Oh man. Oh nein, die bringen mich doch wieder zum Anfang. Scheiße. Man muss es ja nochmal machen. Ich bin gerade komplett konzentriert. Ah, gut. Ähm. Geht's weiter? Genau. Lampe. Ich geh jetzt mal hier hoch. Okay, jetzt lag grad überhaupt nix. Ähm. Ich nehm mal den Bumerang dafür. Das funktioniert leider nicht. Hä? Jetzt. Ich frag mich halt gerade, was ich machen muss. Ich glaub, da muss ich leider ein Lebens-Alexei trinken. Scheiße. Wenn ich das mal hier früh reißen kann. Wenigstens werde ich vorgehalten. Jetzt geh ich hier runter. Und jetzt brauchst du den Stab. Und nochmal. Oh man, das ist doch so scheiße. Und jetzt noch... Komm rein da Link! Yes! Und das hat mir jetzt nichts gebracht. Perfekt! Ach, per Bombe. Irgendwie konnte man die werfen. Was mit B? A? X? Wie konnte man die denn werfen? Ich glaube aufheben. Aufheben ging. Hm. Was? Äh... Ich probiere es mal hier drüber zu werfen, aber das geht schon, ne? Ja. Ja. Was soll ich denn jetzt hier machen? Geht auch, ne? Hm. Hm. Gute Frage. Dann klappt das nicht. Oh Mann. Das war jetzt ein sinnloser Raum, oder wie? Da muss ich doch irgendwie rankommen. Okay, das kann ich verschieben. Okay. Kann ich das noch verschieben? Und dann bestimmt noch das hoch. Wie schiebe ich das denn hoch? Na jetzt. Okay. Jetzt noch holen und... Oh nein! Das ist schon voller Leben. Aber das bringt mir nix. Oh fuck. Das bringt mir absolut gar nix. Nichts. Tschüss. Wie komm ich denn hier rein überhaupt? Ich könnte höchstens nochmal da runter gehen, aber das bringt mir ja auch nix im ein guter Effekt.